Ich hatte ja schon mal ein paar mal gesprochen über das neue Toleranzgesetz in der EU, das also ein Gesetz im Entwurf ist, was also uns demnächst verbietet über gewisse Themen zu sprechen. Und es wird natürlich positiv verkauft, wie alles positiv verkauft wird, ganz klar. Also es ist ja da, damit wir Toleranz üben gegenüber anderen Menschen. Aber momentan, so in den letzten paar Tagen, habe ich so gesehen, ich habe damals schon immer gesagt, ja, dann werden wir ganz schnell in irgendeine Ecke geschoben, wie es ja in der Presse schon gewesen ist. Wir sind entweder rechts oder wir sind antisemitisch oder am besten noch beides zusammen. Und dann würden wir natürlich unter dieses Toleranzgesetz der EU fallen. Und es war bei Maybrit Illner, letzte Woche, der war unter anderem zum Beispiel, Oskar Lafontaine war da und von den Grünen die Frau Göring-Eckardt. Mal ganz kurz dabei gesagt, dass sie auch zur Atlantikbrücke gehört. Sollte man dann einfach auch wissen. Die also den Oskar Lafontaine halt mehr oder weniger Angriff, wie es denn sein kann, dass die Linken und in der Person die Frau Wagenknecht zu der Demo am 13.12. in Berlin gegen Gauck aufruft. Und, denn dort wären ja nur Rechte und Antisemiten. Und wer hat dazu aufgerufen, das ist der Friedenswinter. Das ist eine Kooperation zwischen den alten Friedensbewegungen und den neuen Friedensbewegungen, also unseren Mahnwachen bundesweit. Ein Zusammenschluss. Und es haben dort inzwischen auch einige Prominente und auch Politiker dazu aufgerufen, gegen diese Kriegstreiberei, die von unserem Bundespräsident ausgeht. Und vielleicht sollte man da auch einfach nur wissen, so für den Hinterkopf, dass auch unser Herr Gauck zur Atlantikbrücke gehört. Und genau das ist das Risiko, was ich schon vor Wochen zu diesem Toleranzpapier geäußert habe. Dort treten die Grünen jetzt auf und diskriminieren diese Demo von der alten und von der neuen Friedensbewegung und diffamiert die Menschen, die einfach gegen Krieg sind, die den Frieden wollen, diffamiert diese Menschen zu Antisemiten und Rechten. Und genau hier würde wieder genau dieses neue Gesetz greifen. Das heißt, man will jede Gegenmeinung gegen dieses System einfach mundtot machen. Und dazu müssen wir aufstehen und ich finde es ganz schlimm, was aus den Grünen geworden ist, dass sie also mittlerweile eigentlich mehr für Krieg stehen, pro Krieg, als für Frieden. Und damals war es damals die absolute Friedenspartei, die Grünen und mittlerweile für mich einer der großen Kriegstreiber auf dem Parkett. Und wer kann, wer die Möglichkeit hat, wie gesagt, am 13.12. ist also dann die Demo in Berlin vor dem Bundeskanzleramt und dann geht es rüber zum Schloss Bellevue gegen diese Kriegstreiberei von Gauck. Seid einfach wachsam, was dort passiert, welche neuen Gesetze überkommen, verabschiedet werden und überlegt euch warum, was da wohl dahinter stecken sollte.